Hey Leute, mein Name ist EpicStun und mit dabei ist heute Kata... Hallo! Und schau mal Kata, wir befinden uns hier in unserem richtig doll coolen, geupgradeten Bro-Haus, denn wir befinden uns hier ganz, 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 ganz oben in der Bro-Jump'n'Run-Welt. Hier unten ist die Noob-Jump'n'Run-Welt und beim letzten Mal haben wir es tatsächlich geschafft, hier hinten hochzuklettern, das war super, super, super doll knifflig. Und hier oben in der Bro-Jump'n'Run-Welt ein Haus zu bekommen, das ist super, super, super doll cool. Und zusätzlich haben wir unser Haus hier nochmal geupgradet. Das hier ist das Diamantenhaus und wir sind noch die ersten Bro-Jump'n'Run-Spieler, die hier das Haus geupgradet haben. Wir haben hier hinten ein richtig doll großes Loch, leider nur ein einzelnes Crafting-Table und da oben sind unsere Betten, das bedeutet, jeden Abend und jeden Morgen müssen wir hier entlang nach oben springen. Der Sprung ist sehr, sehr gefährlich. Das geht noch, aber... Und hier uns schlafen legen. Und das aller, aller doll wichtigste ist, Katja, dass wir mindestens einmal in der Minute springen, sonst kriegen wir vom Bro-Jump'n'Run-Chef super, super doll viel Ärger. Oder wir wissen ja nicht, was passiert vielleicht. Wir werden ja auch weggeschnetzelt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und wenn wir hier runter plumpsen, Katja, können wir mit ein bisschen Glück hier unten drauf landen. Dann sind wir wieder Noob-Jump'n'Run-Spieler und müssten alles, alles nochmal machen. Oder wir plumpsen zwischendurch und sind für immer weggeschnetzelt. Okay, ich glaube, da vorne ist schon der, naja, Moment mal, Bro-Jump'n'Run-Chef. Ah, was macht er? Gibt's Mittagessen? Ich glaube schon, er verteilt hier an unsere Nachbarn Mittagessen. Wie gut ist das denn? Und schau mal, Katja, er bereitet hier alles fürs Mittagessen vor. Hier für unsere neue Bro-Jump'n'Run-Nachbar. Hallo, Nachbar. Hi, guten Tag. Okay, es gibt wieder zum einen einen leichter Sprung, der etwas schwieriger ist. Und hier einen, naja, zweier Sprung, der etwas leichter ist. Okay, der Nachbar bekommt entweder einen Chicken oder einen goldenen Apfel für den etwas schwierigeren Sprung. Okay, für was wird er sich entscheiden, Katja? Ich bin mir nicht ganz sicher. Oh, nimmt er den einfachen oder den schwierigen Sprung? Ich glaube, er nimmt... Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, aber der goldene Apfel ist schon... Oh, sehr gut. Oh, er ist... Oh nein, oh, oh, nein. Und wieder weggeschnetzelt. Oh, er fällt wieder durch und wird weggeschnetzelt. Was? Einen Nachbar weniger haben wir jetzt, Katja. Jetzt steht das Haus hier auch leer. Was ist denn da los? Und ich glaube, der Bro-Champ mit Run-Chef geht jetzt zum nächsten Nachbarn. Oh nein. Bald kommt er auf jeden Fall zu uns, Epic. Wenn wir es einmal nicht schaffen, dann sind wir auch erledigt. Das musst du dir immer, immer, immer denken. Ja, wir dürfen auf keinen Fall runterfallen. Okay, wir sind jetzt hier beim nächsten Nachbarn. Und ich glaube, nach dem Nachbarn bekommen wir unsere Ration. Okay, ich bin gespannt. Schau mal. Die Nachbarin hier hat einen anderen Sprung. Was ist denn da los? Und warte mal, Katja. Sehe ich das hier richtig? Das ist jetzt einfach ein Bro-House-Upgrade. Oh, tatsächlich. Okay, warte mal. Wenn sie diesen Sprung schafft... Ich glaube, der ist ja super, super schwer. Sie muss von hier vorne hier drauf springen. Das geht gar nicht, oder? Äh, ich bin mir nicht ganz sicher. Dafür würde sie... Ich bin mir auch unsicher. ...das Bro-House-Upgrade bekommen. Das ist, glaube ich, eine Falle. Weil der Sprung nicht möglich ist, würde sie das niemals bekommen. Ich bin sehr gespannt, für was sie sich entscheidet. Und hier würde sie eine Potion bekommen. Okay, für was wird sie sich entscheiden? Der Sprung ist nicht möglich. Sie schüttelt auch mit dem Kopf. Okay, sie weiß, dass der Sprung nicht möglich ist. Oh, das weiß es. Das ist sehr gut. Okay, und wird sie einfach hier rüber springen. Und sie entscheidet sich für die Jampoos-Potion. Oh, sehr gut. Sie ist nicht auf die Falle hier reingefallen. Und ich glaube, Katja, jetzt sind wir dran mit dem Essen. Moment mal. Seid ihr denn auch jede Minute einmal gesprungen? Äh, ich glaube nicht. Jetzt schon? Äh, ja, jetzt schon. Katja, wir haben das, glaube ich, vergessen. Wir sind die ganze Zeit gerade nicht gesprungen. Und jetzt? Oh nein, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber dann kann man doch mal ein Auge zutrunken, oder? Ja, wir sind ja sonst auch immer gesprungen. Wir waren sonst immer ganz fleißig am Springen. Ja, 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 ja. Wir haben es nur einmal ganz kurz ein bisschen vergessen insgesamt. Aber das ist doch nicht schlimm, oder? Wir haben ja echt nicht viele Regeln. Ja, das stimmt schon. Aber wir müssen nur ein kleines, kleines bisschen vergessen. Ja, wirklich. Oh. Das muss bestrafen. Oh. Nein, keine Strafe. Bitte nicht. Wo ist denn da los? Nein, 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 nein. Ihr kommt ins Jump'n'Run Gefängnis. Folgt mir. Ins Jump'n'Run Gefängnis kommen wir. Äh. Okay, wir folgen dir. Was soll das denn? Ich will nicht ins Jump'n'Run Gefängnis. Oh nein, Katja. Wir haben die Regel mit dem einmal pro Minute springen nicht befolgt. Und kommen jetzt einfach hier ins Jump'n'Run Gefängnis. Hier vorne befindet sich die Stadt. Hier ist der Shop, um die Häuser zu upgraden. Und hier Katja. Oh nein, hier ist das Jump'n'Run Gefängnis. Ich will da gar nicht rein. Was ist da los? Was ist das? Okay, man kommt hier durch ein Portal durch. Und Katja, schau mal. Hier mir die verschiedenen Zellen. Ich will hier nicht ins Jump'n'Run Gefängnis. Ich will auch nicht. Und vor allen Dingen, hier kann man auch richtig einfach runterblumpsen. Oh nein, das ist gar nicht gut. Okay, wir müssen in die Zelle hier rein. Ja, er macht uns auf. Wir haben sogar hier ein Jump'n'Run in die Zelle. Oh nein. Und Katja. Wer ist das denn? Okay, wir müssen hier sehr aufpassen. Wir haben hier vier Blöcke in der ganzen Zelle. Und wie lange müssen wir denn jetzt hier drin bleiben? Ich will gar nicht hier im Gefängnis zu bleiben. Ihr bleibt hier jetzt für 300 Tage eingesperrt. Für 300 Tage bleiben wir eingesperrt. Nein, das kann doch nicht sein. Wir haben hier nur diese vier Blöcke. Und kommen hier absolut ganz so gar nicht raus. Für jeden diagonalen Sprung, den ihr macht, kommt ihr einen Tag früher raus. Bei jedem diagonalen Sprung. Das bedeutet hier diese Sprünge. Schau mal. Wenn wir die machen, kommen wir einen Tag immer früher raus. Pro diagonalen Sprung. Das heißt, wir müssten 300 Mal springen, dass wir morgen wieder rauskommen. Ansonsten müssen wir hier 300 Tage warten. Okay, es geht immer niedriger und niedriger. So oft wir hier springen. Aber wir haben immer die Chance, bei jedem einzelnen Sprung hier runter zu bloßen. Wir sollten nicht auf eins zusammen. Das stimmt. Das ist ja so mies und fies hier im Jump'n'Run-Gefängnis. Und ist der Pro-Jump'n'Run-Chef jetzt weg? Ja, tatsächlich. Er ist nach vorne. Mies und fies. Oh nein. Okay. Wir können versuchen, Katja, so oft wie möglich hier diagonal zu springen. Ja, so. Okay, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. Oh, pass bloß auf. Aber warte, ich spring ja auch. Das geht doch sich dann doppeln, oder? Ja, 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 jeweils. Ja, genau. Okay, wir sind jetzt, glaube ich, schon bei 20 Mal insgesamt. Wir müssten so oft springen, dass wir 300 Tage überspringen. Wie viel sind wir denn jetzt schon? Bei 30? Äh, ich glaube 25 oder sowas. Was ist denn da los? Oh, Katja. Oh, pass bloß auf. Das ist super doll mies und fies. Und die Chance besteht jederzeit, dass wir hier runter blumpsen. Oh nein. Und Katja, es ist schon super doll dunkel. Ich spring noch 20 weiter. Du springst die ganze Zeit diagonal. Wir sind ja zwei. Gleich 100, doch einmal, doch zweimal. Und jetzt sind wir bei 100 Tagen. Okay, 200 Tage haben wir hier durchs Diagonale springen. Wir sind ja schon übersprungen. Es ist tatsächlich schon dunkel. Was ist denn da los? Und Katja, wir haben einen Zellnachbarn. Schau mal. Nein. Ja, ist noch jemand hier im Jump'n'Run-Gefängnis. Hallo, was machst du denn da? Was ist das denn? Oh, ich bin mir nicht ganz sicher. Hallo, ich bin neu hier. Moment mal, er ist neu hier. Das war auch ein Jump'n'Run-Loop, der hier es hoch geschafft hat. Aber der ist ja auch im Jump'n'Run-Gefängnis gekommen. Der arme. Moment mal, hast du hier schon ein eigenes Haus? Nein. Oh, er hat noch kein eigenes Haus. Ich muss 1500 Tage hier bleiben. Oh, er ist 1500 Tage hier im Jump'n'Run-Gefängnis. Moment mal, Moment mal. Wenn du diagonal über die Blöcke springst, kannst du damit Tage überspringen. Also umso mehr du diagonal springst, umso weniger Tage musst du hier im Jump'n'Run-Gefängnis sein. Also würdest du 500 Mal diagonal springen, müsstest du nur noch 1000 Tage hier drin sein. Aber du musst sehr gut aufpassen, dass du nicht runterplumpst. Wir haben ja einfach ein Pilzenleben dran. Was ist da los? Wow, das versuche ich. Ja, ja, ja. Aber du musst sehr gut aufpassen. Okay, er springt diagonal. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Jetzt hat er schon zwei Tage, drei Tage weniger, vier Tage weniger. Ja, er ist runtergeplumpst. Moment mal. Und er wurde weggeschnetzelt. Ähm, Epic. Das ist richtig gefährlich hier insgesamt. Was hast du nur gemacht? Ich wollte das nicht. Oh nein. Ich wollte nicht, dass er runterplumpst. Okay, wir sollten auf jeden Fall aufpassen, Kater, wenn wir hier diagonal springen. Der Arme. Okay, wir sollten versuchen, hier mit unseren diagonalen Sprüngen unsere letzten 200 Tage auch noch zu überspringen. Okay, wir sollten uns beeilen, aber natürlich sehr gut darauf aufpassen, dass wir hier nicht nach unten durchblumpsen. Okay, dann geht es hier diagonal weiter. Es ist auch wieder hell geworden insgesamt, Kater. Wir springen hier so lange. Und oh, guck mal, wer da ist. Hi. Oh, hallo. Wo bin ich? Wir sind so fleißig gewesen. Wirklich. Ja, wir haben richtig viele Sprünge jetzt hier gemacht. Ich bin mir auch gar nicht sicher, Kater, wie viele Tage wir jetzt hier noch drin eingesperrt sein müssen, da wir, glaube ich, schon richtig viele Sprünge geschafft haben. Drei Tage. Hatten wir doch drei Tage? Moment mal. Jetzt haben wir nur noch zwei. Jetzt haben wir nur noch einen Tag. Und jetzt haben wir keinen Tag mehr. Oh, wir haben es geschafft. Wir können raus. Kater, wir können raus aus dem miesen, fiesen Gefängnis. Okay, nicht hier runterplumpsen. Ach, das war gar nicht schön. Hier geht es weiter. Ich habe einen richtigen Schwindelwert. Ja, wir mussten die ganze Zeit hier springen und es war super, super doll gefährlich. In Zukunft müsst ihr aber die Regeln beachten. Das machen wir. Ja, jede Minute mindestens einmal springen. Okay, das bedeutet, Kater, es geht jetzt wieder zurück insgesamt zu unserem Geheimnis. Upgradeten Haus. Und wir dürfen echt nicht vergessen, hier immer zu springen. Und wir sind wieder zurück in unserem Haus. Und nicht mehr im miesen, fiesen Chum-a-Run-Gefängnis. Aber, Kater, wir haben hier immer noch diesen komischen Weg unter unserem Haus. Und ich weiß nicht, wohin der führt. Also, ich sehe hier eine Blattform. Ich weiß aber nicht, was sich dort befindet. Und es ist einfach unter unserem Haus. Können wir da hinspringen? Da ist jemand. Da ist jemand. Ich sehe da jemanden. Was ist da los? Ist wohl jemand unter unserem Haus? Da. Äh, äh, äh. Was ist da los? Was macht die denn da? Okay, warte mal, Kater. Wir müssen hier den Sprung schaffen. Und, warte mal, Kater. Ich riskiere den Sprung. Und ich habe es geschafft. Sehr gut. Und, warte mal, Kater. Wer ist das denn hier? Hallo, wer bist du denn? Das hier ist einfach eine ältere Frau, die hier wohnt. Hallo. Und? Sie wohnt einfach hier unter unserem Haus, beziehungsweise zwischen den Loops und den Bros. Was macht ihr denn hier? Wir wohnen hier drüber. Was machst du denn hier? Wer bist du denn überhaupt? Ja, wer bist du? Was ist da denn los? Ich möchte hier meine Ruhe haben und nicht gestört werden. Ich bin die beste und erste Bro-Jump'n'Run-Spielerin. Oh. Moment mal. Sie warte wirklich. Aber warum ist sie hier unten? Sie ist die Erste und die Beste. Sie will hier einfach ihre Ruhe haben. Sie hat hier einfach ihr Bett insgesamt und wohnt einfach hier unten drunter her. Was ist denn da los? Und sie ist tatsächlich die Beste? Wirklich? Es gibt noch viel bessere Chump'n'Run-Spieler, aber nicht hier. Moment mal. Was soll das denn bedeuten? Es gibt noch was. Warte mal. Noch bessere? Moment mal. Das sind nicht die Bro-Chump'n'Run-Spieler? Ich glaube... Es gibt noch bessere? Aber wo sind die denn? Es gibt noch bessere. Was ist denn da los? Die befinden sich noch weiter oben. Die sind noch weiter als die Bro-Chump'n'Run-Spieler. Moment mal. Ganz, ganz, ganz oben. Was ist denn da los? Noch weiter oben. Und die sind besser als die Bro-Chump'n'Run-Spieler. Ich will da auch hin. Wie kommt man da hin? Wie kommt man da hin? Ich will auch super, super, super gut werden. Wie schafft man das? Das geht nicht einfach so. Dazu benötigt man Hilfe. Es gibt eine Person, die euch helfen kann. Diese befindet sich aber noch. Bei den Noobs. Die eine Person, die uns helfen kann, noch höher zu kommen, befindet sich noch hier unten bei den Noobs. Was ist denn da los? Helft dieser Person, hier zu den Bro-Chump'n'Run-Spielern zu kommen und sie hilft euch dann weiter. Okay, das bedeutet, Kata, die Person ist hier unten irgendwo noch, muss hier unten noch die Challenge machen, um den Schlüssel zu bekommen. Und mit dem Schlüssel muss sie hier vorne das Chump'n'Run nach oben freischalten, um hier hinzukommen. Und wir müssen der Person dabei helfen. Und wenn die Person dann hier oben bei uns als Bro-Chump'n'Run-Spieler ist, kann sie uns helfen, noch weiter nach oben zu kommen? Aber wie sieht denn die Person aus, oder wer ist das? Ja, stimmt. Kannst du uns da irgendwas erzählen? Wie sollen wir die dann finden? Ich habe gehört, die Person hat ein komplett grünes Outfit. Oh, danke schön, danke schön. Ah, okay. Okay, sie muss also hier unten irgendwo rumlaufen, im komplett grünen Outfit. Und dieser Person müssen wir helfen. Vielen Dank, wie cool ist das denn? Und schau mal, sie hat hier Shampoos in der Hand. Oh, danke schön, das ist lieb. Sie schenkt uns hier Shampoos. Oh, danke schön. Schau mal, Kata, bitte schön. Cool, danke. Damit kommt ihr wieder nach oben. Oh, danke, das ist sehr lieb. Okay, Shampoos können wir trinken. Und jetzt können wir hier einfach wieder nach oben springen, in unser Haus. Okay, du bist schon oben, Kata. Ich komme auch. Oh, ich habe ein bisschen Angst, hier runter zu plumpsen. Ich habe es geschafft, ich habe es geschafft. Oh, wie gut ist das denn? Das hat ja richtig doll gut geklappt. Zum Glück kamen wir aus dem Chumrun-Gefängnis, wir sind ja relativ schnell wieder raus, da wir dort die ganze Zeit gesprungen sind. Und wir haben jetzt einen Hinweis auf eine Person bekommen, die komplett ein grünes Outfit hat und die uns weiterhelfen kann, noch höher zu kommen. Da bin ich sehr, sehr, sehr doll gespannt. Ich hoffe, dass die Person dann langsam oder bald hierher kommt. Dass sie auch nicht runterfällt. Das stimmt. Du hast recht, Kata, wenn die Person runterfällt, wird sie für immer weggeschnetzelt und sie kann uns dann hier nicht weiterhelfen. So, Leute, das war es mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst unbedingt einen Daumen hoch und ein Abo da. Schaut bei der lieben Kata vorbei. Und wir sehen uns wie immer morgen wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.